Meine Damen und Herren, ich rufe Tagesordnungspunkt 55 auf. Dringlicher Antrag der Fraktionen der CDU, der SPD, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN und der FDP betreffend Neubenennung der Vertretung des Landes Hessen im Kongress der Gemeinden und Regionen Europas im Europarat, Drucksache 193618. Verabredungsgemäß ist hierfür keine Aussprache vorgesehen. Deswegen trete ich sofort in die Abstimmung ein. Wer diesem Antrag zustimmen möchte, bitte ich um das Handzeichen. Das ist das komplette Haus. Damit erübrigt sich die Frage nach Gegenstimmen oder Enthaltungen. Meine Damen und Herren, wir sind am Ende der heutigen Tagesordnung, am Ende des heutigen Beratungstages angelangt. Wir gehen jetzt in den Sommer. Ich wünsche Ihnen allen, dass Sie sich in diesem Sommer auch ein wenig Pause gönnen können. Wir sehen uns im September wieder. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.